Wie wird eigentlich ein Schuh gemacht? Schuhe sind eine Hülle für die Füße. Doch für die Produktion kann man Füße natürlich nicht nehmen. Da braucht man einen sogenannten Leisten. So ein Leisten sieht aus wie ein richtiger Fuß. Und weil Füße so verschieden sind, gibt es auch ganz viele verschiedene Leisten. Aber wie entsteht ein passender Kinderschuh, der nicht drückt und Blasen macht? Um diese Frage zu beantworten, haben sich sehr intensiv Wissenschaftler mit dem Thema beschäftigt. Kinderfüße haben eine bestimmte Länge, Breite und je nachdem an welchem Messpunkt man betrachtet auch eine bestimmte Höhe. Schauen wir nun die Länge der Kinderfüße an, so ist diese nicht immer gleich. Wenn ein Kind sitzt, ist der Fuß etwas kürzer, als wenn es auf seinen Füßen steht. Durch die Belastung werden die Füße ein wenig länger und auch breiter. Da Kinderfüße immer in Bewegung sind, stellt sich natürlich auch die Frage, wie sehen die nun in Bewegung aus? Deshalb sollten wir auch in dieser Situation die Füße vermessen. Zwei weitere Aspekte sind wichtig. Zum einen wachsen Kinderfüße. Das heißt, ein Kinderschuh muss auch beim Kauf noch genügend Platz für dieses Wachstum gewährleisten. Zum anderen bewegen sich kleine Kinder anders als große Kinder. Das heißt wiederum, dass Schuhe für kleine Kinder andere Funktionen beinhalten müssen, wie Schuhe für größere Kinder. Mit diesen vielen Informationen können wir nun den Leisten bauen. Die Fabrik benötigt von diesem Leisten unterschiedliche Modelle. Das heißt unterschiedliche Größen in Länge und in Breite. Am besten nimmt man für Kinderschuhe echtes Leder und atmungsaktive Stoffe. Damit die Füße später nicht schwitzen. Wichtig ist auch, dass keine Schadstoffe in die Kinderschuhe reinkommen. Gar nicht so einfach bei den vielen verschiedenen Materialien, die in der ganzen Welt eingekauft werden. Jetzt geht's los. Zunächst brauchen wir die einzelnen Schuhteile. Die Lederteile werden ausgeschnitten. In der Fachsprache nennt man das Stanzen. Stanzen ist ein bisschen wie Weihnachtsplätzchen backen. Jedes Lederteil wird einzeln ausgestanzt. Ein einziger Schuh kann aus bis zu 30 Einzelteilen bestehen. Vor dem Zusammennähen müssen noch die Kanten der Einzelteile flach gemacht werden. Das nennt man Schärfen. Die fertigen Teile werden in der Stepperei zusammengenäht. Wusstest du schon, dass jeder einzelne Kinderschuh mit der Hand zusammengenäht wird? Ganz egal, wie klein oder groß er ist? Eine Stepperin muss sehr geschickt sein und besonders genau arbeiten. Jeder einzelne Stich muss perfekt sitzen. Aber je besser ein Schuh genäht, umso länger hält er auch. Noch sieht der Schuh nicht richtig gut aus. Das ändert sich aber in der nächsten Abteilung. Wenn ein Schuh noch keine Sohlen hat, heißt er schafft. Schäfte sind vorne und hinten besonders gut verstärkt. Vorne, damit sie sich nicht abnutzen und keine Löcher bekommen. Hinten, damit die Ferse einen guten Halt hat und du nicht bei jedem Schritt im Schuh hin und her rutscht. Aber etwas ganz Entscheidendes fehlt dem Schuh noch. Die Sohle. Bevor die unter den Schuh kommt, muss unser Schuh auf einen passenden Leisten gezogen werden. Damit sich der Schaft gut an den Leisten anschmiegt, wird er in einer Art Backofen warm gemacht. Wenn er dort rauskommt, ist er reif für das Anbringen der Sohle. Bei Ricosta beispielsweise werden keine fertigen Sohlen unter den Schaft geklebt, sondern die Sohlen werden angespritzt. Dazu braucht man eine Sohlenspritzanlage. Die Sohlenspritzanlage funktioniert wie ein Waffeleisen. In den oberen Teil spannt man ganz fest den Schaft ein. In den unteren Teil wird das Sohlenmaterial als dicke, flüssige Masse hineingespritzt. Dann wird das Waffeleisen zugeklappt. Und der Schaft taucht in die schwarze Masse ein. Die Masse schäumt auf und wird fest. Fertig ist die Sohle. Sohlen anspritzen hat Vorteile. Die Sohlen werden leicht und flexibel und sie sind ganz fest mit dem Schaft verbunden. Schuhe, die aus der Spritzanlage kommen, müssen erst noch fertig gemacht werden. Kanten abschneiden. Leisten rausnehmen. Schnürriemen einfädeln. Den ganzen Schuh noch einmal abbürsten. Die Sohlen abreiben. Genau wie ein Auto nach der Fertigung wird jeder Schuh am Ende nochmal überprüft. Sind alle Nähte gerade? Ist die Sohlenhöhe an beiden Schuhen gleich? Sitzen Bänder und Ösen richtig? Ist der Schuh auch wirklich sauber? Erst wenn alles okay ist, geht's ab in den Schuhkarton. Diese Kartons kennen wir aus jedem Schuhgeschäft. Denn da kann man solche Schuhe kaufen. Wie kommt jetzt der fertige Schuh an den richtigen Fuß? Wir messen die Füße mit dem WMS-Fußmessgerät. Das zeigt aber nicht, wie viele Millimeter die Füße lang oder breit sind. Wir messen mal eine Weite. Sehr breit. Und Schuhgröße 34. Es zeigt gleich, welche Schuhlänge und Weite die Füße brauchen. Also, achtet auf was für Schuhe ihr anzieht. Denn nicht jeder Schuh kann euch ein super Laufspiel-Klettergefühl geben. Wenn der Schuh drückt, ist er nicht gut für eure Füße. Und das müssen eure Eltern wissen. Wenn der Schuh passt, macht auch das Spielen wieder richtig Spaß.